Hatte ich nicht erst letztens gesagt, wir hatten die beste Direct-Ever? Ich glaube, wir haben einen neuen Contender. Dann hau mich mal um. Dann hau mich mal um. Oh, stimmt. Das Platoon DLC. Platoon 3 DLC. Stimmt. Was ist das denn für alt? Das sieht lustig aus. What? What? Das sieht cool aus. Alles schwarz-weiß. Das ist alles weiß und die Gegner sind schwarz. Eigentlich ganz cool. Hat sowas futuristisches an sich, oder? Ein Zombie. Äh, achso, ja, wir schauen hier die deutsche. Weiß auch nicht warum. Ich klicke immer auf die erste, die mir angezeigt wird. Jetzt wurden mir beide gleichzeitig angezeigt und hab einfach auf irgendeine geklickt. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, wer ich zu sein. Acht. Einfach Acht. Auch im Englischen heißt ja auch Acht. Okay, warum sieht die aus wie ein Zombie? Nein, das wird genauso wie Octo Expansion, oder? Octo Expansion war wirklich... Es war zwar cool, aber Octo Expansion war wirklich schwer und auf Dauer echt sehr anstrengend. Dann wiederum der Story Mode von Splatoon 3 war jetzt nicht schwer. Nicht wirklich super schwer. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Erweiterung für Splatoon 3. Ruf zur Ordnung? Ich mag diese Risse. Sieht cool aus. Okay, Anfang 2024. 25 Euro. Ja, Game Freak braucht ihr diese Preise nicht. Ey, ich hab's, ich hab's gesagt vorhin. Mario vs. Donkey Kong, ey. Och, Mann. Das ist ein Remake! Das ist das Remake vom GBA-Teil. Das wird gekauft, Day One. Sorry, aber der erste Teil, der war nochmal anders, weil er hat als Mario gespielt. Ab dem zweiten Teil von der Reihe hat man nur als Civis gespielt. Der erste Teil war so geil. Oha! Das ist zwar nicht nötig, weil das Spiel hat kein Remake nötig. Aber es sieht trotzdem geil aus. Okay, oben links dieses Mario-Ding. Das spielt cursed aus. Kann ich's mal sagen. Es sieht cursed aus, aber ich liebe es. Oha! Suspicious. Jetzt kann er überlaufen. Und sicherlich die Schlüssel holen. Oh Gott. Wenn du die Schlüssel hochkommst. 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 Oder ein Backflip. Wie das. Ganz ehrlich, ich find das Spiel sieht mega cursed aus. Das Eichen oben. Das ist einfach alles so. Ganz normale Grafik. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich weiß nicht. Das passt irgendwie nicht. Das GBA-spiel hat sich scharf. Ja. Ich werde es wahrscheinlich jetzt spielen. Wenn es rauskommt. Bei Day 1. Weil ich hab jetzt Bock. Aber ich habe die Schlüssel hochkommst. Kann man Verheiratet types spielen? Mario vs. Donkey Kong. Launches on Nintendo Switch februar. Ha. Prostensiv Verheiratet. 1. Remake ist von dem alten Teil, den ich sogar mochte. Let's go! Sieht so geil aus, das Spiel. New and returning, also new. Okay, cool. Ja, das Spiel sieht so geil aus. Sieht doch ein bisschen lang gestretched aus, oder bist du nicht? Ja, alle hatten recht, diese Cutscens sind für Special Moves. Wie das aussah. Du bist Bowser, das ist alles auf Deutsch, cool. Regenkreuzen? Boah, alle, alter! Die Musik! Oh mein Gott, ich höre gerade die Gino-Fans am rumschreien. Ich höre sie schon wieder rumschreien. Ich höre sie auf Nintendo Switch, November 17. Pre-Orders sind jetzt auf Nintendo Wii Shop disponible. Hm? Hi? Als nächstes sehen wir uns das hier an. Superbüses Peach! Superbüses Peach! Funkeltheater? Prinzessin Peach und ein paar Toads waren um ihn zu sehen, aber dann... Bowser! Die Wicked Grape und die Sour Budge... ...wäh? 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 Alles wie so im Theater! Glücklich kann Peach die Kraft des Stellas Rippen ausführen, um gegen die Sour Bunch zu schreien. Oha! Der Rippen selbst wird es nicht immer kürzen. Also, lasst uns das! Eisblume! ...aus dem Mario-Film. Ne? Was? Shakespeare Peach! Oha! 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 Detektiv Peach! Alter, gleich kriegen wir noch Ninja Peach oder was? ... Desserts wurden von diesem Süßfestival. In Patissiere Peach und sie verschärft sie von einer Sourcraf. Okay, irgendwie ist das ein bisschen Mario von den Verwandlungen. Das ist aber ganz anders als das erste Super Princess Peach. Ich glaube, das soll auch nicht daran erinnern, sondern es soll generell ein neues Spiel sein. Ja, ich hatte recht mit dem Namen. Bisher wurde alles richtig gelegt. Was habe ich verpasst? Nein, nein, nein. Das hat einen Switch-Port? Trombone Hero Champ. Das kriegt jetzt einen Switch-Port? Was? Aber wie du das Horn spielst, ist auf dir. Du kannst Gyro-Kontrollen benutzen, um die Pitch aufzunehmen. Oder die IR-Motion-Kamera auf der Right Joy-Kong-Kontrolle. Die ersten paar Male sind super lustig und danach ist der Jog irgendwie ausgestorben, zumindest für mich. Deshalb, ich würde mir das Spiel wahrscheinlich nicht kaufen, weil der Jog irgendwie schon ausgestorben ist. Ich weiß nicht. Luigi's Mansion 2. Der Keks. Da hinten war das Poster auf dem ersten Teil. Luigi's Mansion 2 HD. Willkommen zu Evershade-Valley. Ein Ort, das schreit und teemt mit dem Supernatural. Luigi, unser feindes Herz-Hero, wurde hier hergestellt, um es herauszufinden. Es war nicht besser als die anderen beiden Teile, aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Kann ich empfehlen. Vor allem, weil es sich ganz anders spielt als die anderen beiden Teile. Alle Abolüten-Spiele spielen sich anders. Use it to light up dark areas, vacuum up objects and interact with the environment. It's a handy tool for your paranormal escapades. Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufe, ganz ehrlich. Ich hab die 3-Gas-Vision. Dann hab ich 40 Euro bezahlt. Wollt ihr das ab? Ich weiß nicht, ob es Amy gehört oder mir. Auf jeden Fall 40 Euro war es damals. Will ich jetzt wirklich nochmal 40 Euro ausgeben für die Zwisch-Version? Irgendwie nicht. In this game you'll find Ghosts haunting. A former Plant Research Lab. Es sieht gut aus zu spielen. So wünschte ich mir, wenn wir das jetzt hier bekommen, dass wir dann nächstes Jahr vielleicht nochmal den ersten Teil von der 3DS-Version bekommen. Diese Trouble... Amiibo! Zora! Zora! Aber nicht! Zelda und Ganondorf. 3. November Marks, falls sich die interessieren. Noah von Mew aus Xenoblade Chronicles 3. 19. Januar. Nur im Doppelband. Ich kenne die beiden nicht, aber Music echt cute aus. Zora! 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 Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Die Leaks waren alle true. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Jetzt haben wir alle als Amiibo ausgerechnet. Nächstes Jahr. Aber es ist eigentlich wann nächstes Jahr. Ganz toll. Wahrscheinlich immer spät nächstes Jahr, oder? Guck mal auf. F-Zero! 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 Oh, ja. Ich habe das Spiel gespielt. Das erste F-Zero. Remake. Nee. Ernsthaft? 99? F-Zero 99. Ey, die Leaks waren einfach alle true, ne? Klassik-F-Zero-Kurses mit Machinen aus dem originalen Super NES-Games. Boah, jo! Man muss ja der Belegschaft mal was Gutes tun. Oh Gott, die deutsche Stimme. Willkommen auf Party Party. Party Party? Ey, das ist wirklich einfach das Wii-Spiel. Ohne Witz, das ist legit einfach, äh, Shaken. Oder wie ist das Shaken? Wie ist das auf Shaken? Wie ist das auf Shaken? Wie ist das auf Shaken? Auf jeden Fall ist das... Es ist literally einfach die... Es ist 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 einfach die Wien-Version. Das wird Dance Blade, Leute. Das wird Dance Blade. Mit... Natürlich mit Cam. Macht ja keinen Sinn ohne Cam, oder? Oh, Party Mode? Hey Max, möchtest du dich das Spiel holen? Oh, die Demo kommt, okay. Die letzte Wave ist der Racing Game. Welche sind die letzten Charakters? Deddy Kong und Funky Kong. Please, please. From Mario Kart Wii, Daisy's Piste. Derdy Kong! Derdy Kong! Derdy Kong! Derdy Kong! Derdy Kong! Derdy Kong! Derdy... Fuck! Ich... Ich hab zu der Chat gar nicht gesagt... Pauline! 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 Magst du Fisch-Schnippchen? Ja! Schickst du gerne in den Mund? Ja! Und also... P-Chat! P-Chat! Nein! P-Chat! Das mit meinem Main. Das mit meinem Main. Sorry, aber... Das mit meinem Main. Ich wechsle jedes Mal mein Main. Aber komm, es ist P-Chat! Winter! Also Ende des Jahres erst. Oh mein Gott, ganz ehrlich. Oh, cool! Was ist das für Goodies? Ist das dicker nur? Das ist ja langweilig. Ah, wie geil! Among Us! Nein! Das ist jetzt nicht die neue Map, oder? Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht die neue Among Us Map, oder? Oh mein Gott! Das ist die neue Map! Das ist die neue Among Us Map! Was? Ey, das ist ja richtig geil! Vor allem ist das auch voll gut animiert! Eine neue Map! Oha! Ha? Man kann nicht wenden, man fliegt in so... Wie du Straps? The Fungal! Oh, das ist ein geiler Name! Ich glaube... This new map from Among Us is free! And launches this... Oktober schon! Oktober schon! Alter, das war richtig geil! Letzte... Okay, jetzt kommt's! But first... Let me announce... Paper Mario! Oho! Ne, was tut das? Tausend Tier Door Remake! Pass auf, jetzt kommt's! Das ist... Das ist... Ich hab das neues Job gesagt! Das ist wirklich Paper Mario Remake! Warte, das ist hier... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist Faustend Tier Door! Das ist Faustend Tier Door! Das ist Faustend Tier Door! Alter, ich hör grad wie so viele Leute rumschreien! Und... 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 So viele andere, Alter! Oh mein Gott! Das ist Faustend Tier Door! Als Remake! Ich hab' noch nie Faustend Tier Door gespielt! Ich hab' von allen gehört, das ist das allergeilste Mario! Spin-Off ever! Alter! Alter! Ich weiß, ich wollte heute nicht rumschreien, aber ich konnte nicht anders! Junge, diese Direct ist übelst geil! Oh, so'n Jam! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hatte ich nicht erst letztens gesagt, wir hatten die beste Direct ever? Ich glaub' wir haben einen neuen Contender! Alter! Dumpfnuss! Hä? Das ist doch aus... Super doch, heute MPC spielt kein Ding! Echt? Hab' ich gar nicht gesehen! Boah, das ist übel zensiert, das Spiel! Das ist übel zensiert! Ich riech' es bis hierhin, das ist übel zensiert! Die ganzen Sex-Jokes sind alle weg! Ich weiß es! Vor allem nicht mal der erste Teil! Das ist der zweite Teil! Die haben nicht mal den ersten Teil remaked! Alter, ich muss den ersten Teil noch nachholen! Gibt's den nicht sogar auf NSO? Wenn ja, muss ich den nachholen! Du bist vielleicht verliebt! In mich! Was? Ich kenn' das Spiel wirklich kaum noch! Begriff Liebe bitte näher erneuern! Nächstes Jahr! Oh mein Gott! Gott! Also das hab' ich gar nicht erwartet! Alter! Alter! Das war ganz viel zu viel! Das war ganz viel zu viel! Das war ganz viel zu viel!